Leute, ich bin in Singapur angekommen. Letzter Ground der 1. Liga heute. Leute, ich bin am Ground. Jetzt habe ich mir gerade eine Karte gekauft. Und jetzt sehe ich hier, das ist mitten im Shoppingcenter. Man kann hier auch umsonst reingucken. Hier ist total umsonst. Man braucht also gar nicht bezahlen, wenn ihr das nicht machen wollt. Aber man muss ja die Karte haben. Ohne die Karte, Leute, ihr kennt das doch selber, ist ja reine Scheiße dann. Erzählt doch nicht. Mir fallen irgendwelche Sachen ein, die kann ich einfach aufzählen. Der Heimverein, er heißt nicht Tempines, sondern Tempines. Dann ein kleines Kind hatte einen sehr, sehr lustigen Hut auf. Dann gab es noch zwei sehr große Inder in der Abwehr. Es gibt keinerlei Support. Von allen Ecken und Kanten kann man das Spiel umsonst sehen. Das werde ich jetzt auch mal versuchen. Eine Halbzeit reicht. Viele Leute finden das nicht, aber ich finde das. Es macht auch nichts, wenn das einer anders sieht. Jeder wie er will, ne? Leute, man kann das gar nicht richtig fassen. Man kann hier immer höher gehen. Jetzt bin ich hier auf der Höhe vom Dach. Geht gleich die zweite Halbzeit los. Jetzt quasi. Hier sieht man das. Also ist hier eine Joggingstrecke. Hier oben. Windig auch. Und gut. Das ist doch eine gute Sache. Hier mit dem Fußball noch, ne? Irre. I. Hier mit dem Fußball noch, ne? Irre. Ich sehe das nicht, kann das Stay. Und gut, wenn wir 不要. Jetzt gleich wieder. Dann bin ich hier. Dann bin ich jetzt. Dann bin ich hier. Dann bis hier.